Herzlich willkommen zu meinem Monatsrückblick für den Dezember 2021. Ja, es ist soweit. Das Jahr neigt sich dem Ende, beziehungsweise frohes Neues euch allen. Heute ist der 1. Januar. Weird, wenn man das aus der Sicht des 19. Dezember sagt, an dem ich das hier gerade aufnehme. Aber frohes Neues euch. Ja, ich muss es diesmal schon so früh aufnehmen, weil ich vom 25. an in Berlin bin. Und dann halt leider keine Zeit mehr habe, den Rückblick aufzunehmen. Deswegen, was die letzte Woche des Dezember angeht, kann ich euch auch noch nicht hundertprozentig versprechen, ob das wirklich alles so bleibt, wie ich es jetzt heute predikte, beziehungsweise erzähle. Weil es kann sich vielleicht noch an den Streams was ändern. Aber ich würde sagen, fliegen wir einfach mal schnell in den Kalender rein und schauen, was es so schönes gab. Ja, der Dezember ist gestartet mit der 1. Folge des MCU Adventskalenders. Das ist die kleine Überraschung, die ich mir vorgenommen habe für den Dezember. Ich dachte, irgendwann will ich selber mal so einen Adventskalender machen. Und ich will ja nichts sagen, aber wir haben diesen Monat so viele Videos rausgebracht. Allein durch den Adventskalender, 24 mehr als normalerweise. Und wir haben wirklich jeden Tag ein Video. Und wir wollen diesen Output beibehalten. Und nochmal Grüße gehen raus an Jan. Der schneidet dieses Video hier, weil ich gerade in Berlin sitze und da nicht schneiden kann. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Der hat auch schon den letzten Monatsrückblick geschnitten. Deswegen gerne einen Daumen hoch da lassen, um Props für Jan zu geben. Das war natürlich jetzt nicht da, um meinen Algorithmus zu pushen. Wir hatten am 1. Das erste Türchen. Das werde ich jetzt nicht bei jedem Türchen erwähnen. Weil das war halt vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember. Da ist nichts Besonderes gewesen. Schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr Marvel interessiert seid. Es könnte euch echt gefallen. Zudem hatten wir an dem Tag auch noch den Monatsrückblick vom November. Wer hätte es gedacht. Der erste ist immer der Monatsrückblick. Wie ich vermutlich in einem Monat sagen werde, ja, damals, wisst ihr noch. Am 1. Januar hatten wir den Monatsrückblick vom Dezember. Am 2. Dezember kam dann nur das zweite Türchen. Am 3. Dezember dann das dritte Türchen und so weiter. Und Lego Batman 25. Da haben wir ein weiteres Level des freien Spiels gespielt. Und ich meine, uns fehlte ein ziemlich existenzieller Charakter für das Level. Weil sonst konnten wir die 100% nicht abschließen. Und zwar das Atom. Am Samstag kam die vierte Folge des Adventskalenders. Am Sonntag die fünfte. Und am Sonntag kam sofort die nächste Folge Lego Batman. Und zwar Folge 26. Wo wir uns dann quasi den besagten Charakter geholt haben. Damit das Level kompletieren konnten. Und dann noch ein weiteres Level gespielt haben. Am 6. kam das sechste Türchen. Am 7. kam das siebte Türchen. Und ein Physik-Stream. Ja, wir haben Physik gestreamt. Und zwar die Atommodelle. Das Borsche Atommodell. Und Optik. Ich muss sagen, ich habe das gemacht, um auf eine Klausur zu lernen. Und die Klausur ist eine 1- geworden. Also ich freue mich da echt drüber. Der Stream hat es echt gebracht. Ich habe halt so ein paar kleine Flüchtigkeitsfehler gemacht. Aber das ist jetzt nicht schlimm. 1- ist für mein Abiturfach super. Und ich freue mich da riesig drüber. Weil erstens der Stream hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und zweitens dann noch mit einer guten Schulnote daraus zu gehen. Das ist eine Win-Win-Situation. Was will ich mehr? Am 8. kam dann das achte Türchen. Und Super Mario Galaxy 3. Ja, die erste Mario Galaxy Folge in diesem Monat. In der wir Teile der Phantom-Galaxie spielten. Und ein Boohoo-Wettrennen gemacht haben. Zudem haben wir auch noch den Tempo-Komet der Glasstrand-Galaxie gemacht. Und den Secret Star der Phantom-Galaxie. Dann kam der 9. Dezember mit dem 9. Türchen. Und Lego Batman 27. Lego Batman 27, da haben wir den Planet der Hoffnung, der blauen Lantern, zu 100% kompliziert. Das ist wieder eins der, wir spielen ein Level durch. Und nehmen sofort alles in einem Rutsch mit Parts gewesen. Das war ganz lustig. In dem Part ist Jan mal eben kurz während des Parts abgehauen und hat sich impfen lassen. Das war dezent random, aber war schon lustig. Freitag der 10. Zehntes Türchen und Grim Tales live. Und zwar haben wir da Grim Tales das Vermächtnis. Den zweiten Teil der Grim Tales Reihe angefangen. Meiner Meinung nach ein echt, echt cooles Spiel. Ich muss leider sagen, ich war an dem Abend leider etwas übermüdet. Dementsprechend konnte ich den Stream nicht so genießen wie andere Streams und war maybe auch, naja, etwas genervt teilweise. Aber es war trotzdem ein cooler Stream. Und das Spiel ist, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe Grim Tales. Grim Tales ist einfach der pure Horror. Und das ist so cool. Am 11. kam das 11. Türchen. Am 12. das 12. Türchen. Und am 12. kam abends noch ein Livestream. Und zwar ein Mathe-Stream. Da haben wir eine Abituraufgabe zum Thema Vektoren und Ebenen durchgerechnet. Da ich an dem Montag darauf, an dem 13. auch sofort eine Klausur geschrieben habe. Die ist leider nur 2 Minus geworden. Wegen ein paar dummen Fehlern von mir. Ich meine 2 Minus ist jetzt nichts, wo man sich darüber beschweren kann, wenn die beste Note im Kurs eine 2 war. Aber trotzdem habe ich mir mehr erhofft. Aber das ist meckern auf hohem Niveau. Auf dem Zeugnis wird es trotzdem eine 1. Das ist echt cool. Und ja. 13. gab es Türchen 13. 14. gab es Türchen 14. Und Lego Batman Folge 28. Wo wir dieses Level mit Italien, Frankreich und England gespielt haben. Wo diese Miniaturstädte geschrumpft wurden. Da haben wir auch wieder die 100% abgeschlossen. Dementsprechend, wir sind echt, echt gut vorangekommen damit. Lego Batman macht momentan eh so einen Riesensatz. Das ist wirklich ungeheuerlich. Am 15. gab es das 15. Türchen und Mario Galaxy Folge 14. In der wir in der Phantom Galaxie den Geisterboss gemacht haben. In der Schwimmland Galaxie den Grünstern gefunden haben. Und am Ende noch den Risikokomet des Geisterbosses gemacht haben. Wo ich ehrlich sagen muss, der hat mir wirklich die Nerven geraubt. Das war, da habe ich dran gesessen. Der hat mich, der hat mich fertig gemacht. Da bin ich echt froh, dass ich den hinter mir habe. Am Tag darauf kam dann das 16. Türchen. Und Mario Galaxy Folge 14 Zusatz. Und zwar, wie ich gerade schon sagte, hatte ich da diesen einen Boss. Der extrem, extrem mies war. Wo ich sehr lange dran gehangen habe. Und das habe ich halt, ich glaube, 22 Minuten habe ich innerhalb von zwei oder drei Minuten im Video zusammengeschnitten. Und ich habe gedacht, es wäre eigentlich ganz cool, wenn ich diesen Bosskampf in voller Länge als eigenes Video nochmal veröffentliche. Falls jemand mal wirklich Lust hat, sich das in Ruhe anzugucken. Wie man den vielleicht auch mit Taktik besiegt. Oder wer mich einfach nur leiden sehen will. Der konnte sich das Video dann angucken. Am 17. kam das 17. Türchen. Am 18. das 18. Türchen. Und am 18. kam auch noch Lego Batman 3 Folge 29. In Folge 29 haben wir die Mission der Roten Lantern gespielt. Auch zu 100% kompliziert. Eigentlich genau das, was wir jetzt in den anderen Parts auch alles gemacht haben. Wir sind halt gerade dabei, die ganzen Level durchzuspielen nochmal. Am 19. gab es das 19. Türchen. Und Minecraft Märchenland Staffel 3 startete. Das ist für mich gerade sogar der aktuelle Tag. Deswegen, ich habe vorhin erst noch gestreamt. Und Minecraft Märchenland startete. Echt cooles Projekt. Ich habe bisher, ja, ungefähr anderthalb Stunden gespielt. Ich bin gespannt, wie es da noch weitergehen wird. Deswegen, zu den nächsten Märchenland Streams kann ich halt noch nichts sagen, wenn ich die jetzt gleich erzähle. Weil es ist halt noch nicht passiert. Ich kann es nicht in die Zukunft sehen. Auf jeden Fall kam dann am 20. Beziehungsweise für mich morgen. Aber ich spreche einfach in der Vergangenheit weiter. Sonst wird das zu kompliziert. Am 20. kam dann das 20. Türchen. Und Lego Batman Folge 30. In Folge 30 haben wir das finale Level des Spiels gespielt. Und zwar den Final Boss Kampf gegen Superman. Wo wir uns dann auch einen weiteren Multiplikator geholt haben. Wo wir dann richtig, richtig viel Cash gemacht haben. Und ich meine, da liegen noch so 3, 4 Level vor uns, die noch gespielt werden müssen. Am 21. kam das 21. Türchen raus. Und abends gab es noch einen Grim Tales Stream. Grim Tales 2, der zweite Stream. Wir versuchen weiter herauszufinden, warum die Familie von Luisa sich in Wölfe verwandeln kann. Also ganz ehrlich, erst wird die Braut von der Brücke geschubst und dann wird sie noch zu einem Wolf. Das ist schon ein anstrengendes Leben, würde ich sagen, was die Luisa da führt. Am 22. kam das 22. Türchen. Am 23. kam das 23. Türchen Eintag vor Weihnachten und Mario Galaxy Folge 15. Da haben wir den letzten Stern der Schwimmland-Galaxie nachgeholt, wo wir ja im Part von den Grünsternen geholt haben. Wir haben die dritte Kuppel abgeschlossen, indem wir Bosavs Schiffsarmada in den Hintern getreten haben. Und wir haben mit der Windgarten-Galaxie angefangen, in der wir dann in Part 16 quasi weiterspielen werden. Am 24. kam das letzte und 24. Türchen des MCU-Adventskalenders. Meiner Meinung nach immer noch der beste Marvel-Charakter, den es mit Abstand gibt. Von dem ich mir sogar Merch bestellt habe. Und da dieser Tag eh schon Marvel geprägt war, habe ich nachher auch einfach noch meine Spoiler-Review zu Spider-Man No Way Home rausgehauen. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, keine Sorge, ich werde nicht spoilern. Das habe ich nur in diesem einen Video gemacht. Und wenn ihr den Film gesehen habt, schaut euch das Video gerne an, schreibt mir eure Meinung. Aber schreibt mir eure Meinung nur unter dieses eine Video, bitte. Bitte spoilert nur unter diesem einen Video und nicht unter irgendwelchen anderen Videos. Weil wir wollen nicht, dass Leute gespoilert werden, die den Film noch nicht gesehen haben. Das wäre unfair. So, und nachdem unser täglicher Upload durch den Adventskalender dann jetzt zu Ende ist, kommt am 25. am ersten Weihnachtsfeiertag sofort wieder Lego Batman. Einfach, weil wir haben gefühlt 10.000 Parts im Voraus schon aufgenommen. Da haben wir auch wieder ein Level gespielt. Zu 100%. Also das übliche halt. Am 26. wird es schon wieder interessanter. Da haben wir die Hawkeye-Review. Und zwar mache ich nicht nur zu den Filmen eine Review, sondern jetzt auch zu der Serie, zu der Hawkeye-Serie, die ja jetzt am 22. endete. Da kam jetzt die letzte Folge raus. Und in der Hawkeye-Review habe ich einfach nochmal meine Meinung zu der Serie erzählt. Habe die ganze Serie allgemein nochmal so Revue passieren lassen, weil die erste Folge ist nun mal auch schon anderthalb Monate wieder her. Naja, nicht ganz, aber fast. Dementsprechend ist es auch wieder eine Spoiler-Review. Das heißt, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch lieber noch nicht an. Für die, die es gesehen haben, schaut es gerne an. Die Serie ist meiner Meinung nach echt gut. Und inhaltlich gehe ich dann wirklich in der Review ein. Also wer Marvel-Content mag, hier auf dem Kanal wird ab und zu immer mal wieder was kommen. Let's Plays bleiben natürlich der Hauptfokus. Aber Reviews als auch so kleine Specials wie den Adventskalender, die werden zwischendurch mal immer wieder kommen. So, am 27. gab es dann Lego Batman 32. Das ist jetzt auch schon die Zeit, wo ich in Berlin bin. Beziehungsweise die Zeit, wo ich in Berlin war. Ne, momentan, wo ihr das hier gerade seht. Wenn ihr es aktuell seht, bin ich noch in Berlin. Bis zum 3. Januar. Dementsprechend sehr viel Lego Batman, weil das konnte man im Voraus aufnehmen. Das hat Jan geschnitten und dementsprechend hat er mir damit einiges an Arbeit abgenommen, weil sonst hätte ich diesen Daily Upload nicht beibehalten können. Wir haben die Angstlantern gespielt, die gelben Lantern, haben wir auch zu 100% abgeschlossen. So wie der anderen Level auch, also nichts Neues. Am 28. kam dann Mario Galaxy Folge 16, in der wir wieder ein bisschen die Windgarten-Galaxie gespielt haben und so weiter. Aber die Frage aller Fragen, die sich in diesem Part aufgetan hat, ist, was soll das Nachfolgeprojekt werden? Paper Mario Origami King? Oder Pokémon Leuchtende Perle? Da frage ich euch jetzt auch unter diesem Video hier. Schreibt mir bitte, wenn ihr bis hierhin drangeblieben seid, welches dieser beiden Spiele soll ich spielen? Paper Mario Origami King? Oder Pokémon Leuchtende Perle? Denn das ist für mich wichtig, denn ich würde gerne wissen, was ich als nächstes bringen soll, damit ihr auch quasi so ein Mitspracherecht habt. Damit ich quasi weiß, was ihr überhaupt sehen wollt. Weil es bringt nichts, wenn ich irgendwas bringe, was kein Schwein guckt. Ich heiße ja nicht Salah. Am 29. kam dann Lego Batman 3 Folge 33, in der wir wieder ein Level gespielt haben, in dem uns wieder ein Charakter fehlte. Genauso wie Anfang des Monats mit dem Atom. Jedoch haben wir diesen Charakter bis jetzt immer noch nicht freigeschaltet. Und ich habe absolut keine Ahnung, wo es den gibt. Und das ist so frustrierend, wenn einem genau ein Minikit von 160 fehlen. Oh, ihr wisst nicht, wie frustrierend das sein kann. Einen Tag später ging es sofort mit der nächsten Folge weiter. Lego Batman 34. Witzigerweise haben wir in diesem Pal Reversed Flash freigeschaltet, der meiner Meinung nach total cool ist. Und natürlich, wir konnten es uns nicht nehmen, Flash und Reversed Flash in einem Rennen gegeneinander antreten zu lassen. Dann gab es am 31.12. noch ein Neujahresvideo. Es ist ein kurzer Neujahresgruß, wo ich quasi auch schon das gesagt habe, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Video. Frohes Neues. Es ist nur so ein 3 Minuten Video, wo ich einfach so ein bisschen über den Kanal rede. Die Sache ist, ich habe mir überlegt, soll ich einen Jahresrückblick machen? Aber das bringt mich, wenn ich ab jetzt einfach einen Monatsrückblick jeden Monat mache. Wenn man die alle hintereinander gucken würde, hätte man quasi einen Jahresrückblick. Dementsprechend ist das etwas unnötig. Aber ich wollte trotzdem allen ein frohes Neues wünschen. Und da ich ja gerade nicht da bin und sonst hätte ich das in einem Livestream gemacht, gibt es einfach ein Video für euch. Und das war es auch. Das war der Dezember 2021. Und er war Bombe. Also die Statistiken unnormal. Ich habe 182 Aufrufe mehr als sonst. 7 Stunden Watchtime mehr als sonst. Das Einzige, was mich etwas triggert, sind diese 59 Abonnenten. Diese 59 ist so unsatisfying, wenn ich weiß, ich hatte mal 60. Aber ja, die Statistiken unglaublich, unglaublich gut. Sie gehen echt durch die Decke. Mich freut es so dermaßen, dass ihr so aktiv seid, dass ihr die Videos so schaut. Und dass ihr auch so fleißig im Kommentarschreiben seid. Das hat mir der Adventskalender schon gezeigt. Diese Interaktion mit euch ist einfach das Schönste, was es gibt. Ich verabschiede mich. Schaut euch gerne auf dem Kanal um. Schaut euch gerne die Videos an, falls ihr jetzt was gehört habt, was euch ansprechen würde. Natürlich werden jetzt im Januar noch weitere Videos kommen. Es werden vielleicht sogar Berlin Vlogs kommen, weil ich in Berlin einfach Lust habe, ein bisschen zu filmen. Dementsprechend, warum nicht? So habt ihr wenigstens auch was davon in der Zeit, wo ich nicht da bin. Und wir versuchen wirklich Daily Uploads zu bringen. Ich kann noch nichts versprechen, aber ich gebe mein Bestes. Und ich würde sagen, man hört sich entweder im nächsten Monatsrückblick, warum auch immer ihr nur die Monatsrückblicke schauen solltet. Ansonsten hört man sich morgen schon in der 35. Folge von Lego Batman 3. Bis morgen. Ciao.